Ach, da ist er. Ich ertrinke, ist nicht wahr. Ich dachte, war das nicht so, dass ich eigentlich... Achso, ich hab, glaub ich, den Zauber, dass ich unter Wasser atmen kann, oder? Ja, da hab ich natürlich jetzt wieder... Ja, ich glaub, mit mir wird's echt nie langweilig. Wasseratmung, da haben wir's doch. Und mal gucken, wo wir den kleinen Kackfisch finden. Der geht mir nämlich so auf den Keks, und ich seh den irgendwie nie, wenn der mich angreift. Und wieder. Ja, ich kann ihn schlagen, aber ich seh ihn nicht. Und warum? Ach, der Gegenstand ist beschädigt. Ach ja, ich musste ja auch, ja, Waffen reparieren, genau. Blöder, Fischblöder. Jetzt scheint gerade wieder die Sonne, sodass ich hier nichts sehen kann, weil hier ist ja duster. Cool. Sehr praktisch, aber ich glaube, hier ist eh nichts, deswegen... Äh, tauchen wir mal auf. Da ging's raus, glaub ich, irgendwo. Näh! Lauf, du durselige Echse. So. Dann bleibt uns ja nur noch diese Türe. Falle. Super. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich habe immer noch Wasseratmung drin. Ich wollte doch sowas haben. Außerdem brauche ich jetzt wieder eine Sonde. Ups. Sonde. So, loristen wir wieder. Habe ich denn? Hahahaha. Habe ich den Schmiedehammer? Wahrscheinlich nicht, oder? Davor ist nur Gegröße. Warum ist denn da eine Sonde? Ich habe noch kein Schwert ausgewichtigt. Gerüstet. Lass die Sonde vorne weg. Danke. Schmiedehammer haben wir keinen. Das ist ja Hammer. Och nein. Ernsthaft? Ne, weiß Bescheid. Aber, ich habe doch vorhin eine Eisrolle bekommen. Wenn ich ihn... Vielleicht sollte ich erst entschärfen, dann quicksafen. Und dann schauen wir mal weiter. Hm. Also, ich brauche definitiv meine Sturmklinge, weil die Aua macht. Bei Magie habe ich Element Eis. Habe ich den denn vorhin mit meinem... Ne, vorhin habe ich den mit meinem beschworenen Langschwert kaputt gemacht. Holen wir jetzt erstmal das. Ja. Ja. Ach, geh doch wandern. Dann nehmen wir halt das Sturmdingen. Machen aber trotzdem Eis. Sollten vielleicht vorher einer. Nein, wir quicksafen erst. So, jetzt machen wir das hier richtig taktisch. Wir nehmen... Rolle der Heilung. Eis. Also, was ich jetzt echt hoffe, ist, dass nicht noch so ein Viech... Ach, pfuh. Also, ich habe doch mein Schwert ausgerüstet. Haben wir noch einen Heiltrank, den wir uns reinwerfen können? Oder habe ich vorhin schon alle... Ah, ja, da haben wir noch einen. Der hat... Nichts weiß ich. Schade. Na ja, mhm. Sie hat... Grausamer Ring des Vipernstahls. Sehr gut. Ein Dolch. Sehr gut. Draken. Noch besser. Äh, teure Sachen sind uninteressant. Ich sollte quicksafen. Ich sollte echt quicksafen. Das ist nämlich echt eine fiese Höhle. Aber jetzt. Was haben wir da? Weinen können wir nicht. Das sieht doch gemütlich aus hier. Wir haben... eine Rolle der Heilung, die wir einstecken. Wir haben eine abgenutzte Truhe. Gewöhnliches Amulettflasche. Ein Buch, wie es bei den Zauberern zugeht. Von Turedus Talanyan. Im Dienste von Meister Arion. Ähm, Bücher können wir aber nicht mitnehmen, weil... Boah, Schriftrollen. Schild. Absorbiert Geschickt. Absorbiert Konst... Das. Cool. Du klaust dem Geschick. Konstitution, Schnelligkeit und Stärke. Was klicke ich denn? Ich will doch nur angucken und dann alle nehmen. Blutfeuer. Man kann Gegnern Lebensenergie welchen machen. Oh, cool. Nehmen wir natürlich alles. Läuferfedern nehmen wir nicht. Da haben wir eh schon genug von. Ich truhe jetzt natürlich wieder ein Dauder liegen. Fünf Draken. Eine Drake, eine Drake, eine Drake. Ädra und Dädra. Kann ich da mit dem Schädel gleich wieder was machen? Ah. Ja, schalte nicht. Da brauche ich nicht vom Tisch runter. Das ist so toll. Äh, was wollte ich? Was wollte ich? Ah, da. Falle. Dö, dö, dö. Und ich habe die ganze Zeit dieses Plätschergeräusch von dem Wasser im Ohr. Das ist irgendwie voll nervig. Weil ich glaube, hier ist weit und breit kein Wasser. Danke. Jetzt kann ich dieses eine Schlösser knacken nicht mehr, ne? Den Turmschlüssel? Ne, der ist alle. Schade. Dann müssen wir wieder das Ding dann aktivieren. Dann müssen wir wieder mit Dietrich abgehen. Och, geh mir doch nicht auf den Sack. Kann ich denn jetzt eigentlich schlafen? Das wäre doch jetzt... Haha. Wenn ich jetzt nämlich... Macht das ja kaputt. Super. Das müsste ja bedeuten, dass mein Turmschlüssel auch wieder aktiv ist. Müsste ich ja... Nicht, ne? Ich habe die heute schon verwendet. Wir haben 10 Uhr abends. Dann rasten wir doch mal bis... 7. Und habe ich die Sache jetzt immer schon heute verwendet? Okay, dann rasten wir halt noch mal 24 Stunden. Dann ist wieder 7 Uhr morgens. Ich meine, wir haben ja keine Termine oder ähnliches. Jetzt darf ich den Turmschlüssel wieder benutzen. Sehr gut. Ein Gasterquater Quarkis. Aufbereitung einer Leiche. Das ist ein einfacher Feuerschildtrank. Standard Charisma-Trank. Ist für mich auch nicht so verkehrt. Und eine Flasche, die ich nicht brauche. Dann wären wir in dieser Höhle fertig. Ja, das hat sich doch irgendwie voll gelohnt, finde ich. Schon eine schicke Höhle gewesen. Okay, die zwei Feuergegner, die da drin waren, die waren einfach nur... Arschig. Obwohl, der letzte ging ja eigentlich mit diesem Eis-Zauber. Einmal Eis und schon war er hinüberher. Aber wir wollten immer noch in das Ushilaku-Lager. Ich habe das ganz dumme Gefühl... Naja, mal gucken. Wenn ich mich nicht so lange ablenken lasse, wieder von irgendwelchen Höhlen müsste es ja... Och nein! Warum? 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 Äh, wir rasten mal bis 8, dann ist es, glaube ich, heller. Ich bin so blöde, bin ich. Wir rasten jetzt bis, äh... Warte mal, 4, also 12 Stunden. Sagen wir 11, dann müsste es jetzt 7 Uhr morgens sein. Wer lesen kann, ist halt klar im Vorteil. Da ist noch ein Kaguri, den wir jetzt verhauen werden. Ja, und dann hat er nicht genug Ladung. Das juckt doch keinen. Ey, wieso habe ich denn das Gefühl, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich hier... Wer denn? Ach, du schon wieder. Ja, und gleich noch einen Kumpel geholt, weil es alleine wieder nicht packt, ne? Ja, gut. Ähm... Das ist jetzt aber dumm, dass wir hier nirgends wo wirklich lang können, weil dann kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen, also dahin, wo ich hin will. Rennt der eigentlich schon? Gott, oh Gott. Oh, dass es hier keine Bundesjugendspiele oder sowas gibt, wo man mit dem teilnehmen muss, der wird mir total abkacken. Ist das da oben ein Feuer? Ah, das ist bestimmt der, der vorhin geschrien hat, oder? Es sind mehrere. Der Angst-Quicksave, und dann gehen wir da mal gucken. Ja, jetzt... Jetzt haben sie mich. Wow. Und dann gehen wir da mal. Okay. Und dann gehen wir da mal gucken. Ich mag nicht. Haha, du wurdest geblitzt, Dingst. Oh. Und dann sonst die Auf Wiedersehen. Oh. 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 Oh.